Sie haben es gerade gesagt, der Trainer ist eine verdammt wichtige Person, mit dem müssen Dinge abgesprochen werden. Und von daher war es klar, elementar, dass die Entscheidung jetzt fallen musste. Die kannst du nicht noch eine Woche mitnehmen oder so. Ja, du hast wirklich viel Talent in deinem Kader. Da ist ja noch Goretzka, Meier, da ist Geis, also da würden mir noch ein paar einfallen. Aber wir brauchen natürlich auch Gerüstspieler. Ja, und vielleicht brauchen wir auch noch den ein oder anderen Stabilisator, weil man hat es gesehen, viel lastete auf den Schultern von Leroy Sané zum Beispiel. Und Leroy ist gerade erst 20. Und das darf eigentlich nicht sein, sondern wir brauchen noch ein paar Eckpfeiler, an denen sich auch die Jungs dann orientieren können, wenn es ein bisschen unruhiger wird. Aber es geht auch darum, dass man jetzt einen Prozess eingeleitet hat und, wie ich eben schon sagte, dass man Kontinuität bekommen muss in diesem Klub. Dass wir rauskommen von diesen unruhigen Momenten, die wir eigentlich permanent hatten in den letzten Jahren.